hallo leute willkommen zu einem weiteren video eine kurze sache ja die sache ist die mein speicher war im letzten video voll deswegen hat es nicht ganz angehalten deswegen hat es nicht ganz ausgenommen egal ich mein spaß hat gemacht hat es ja schon nur dafür dass ich kann nur videos bis zu zwölf minuten schon mit meiner handykamera aufnehmen das weil ich keinen speicher mehr habe muss ich halt so machen entweder mache ich noch mache ich keine kampfe für angriff oder egal muss ich mal gucken ich mache euch auch ein paar missionen oder so einfach ein bisschen kürzere videos zumindest diese art von videos ja egal heute spielen wir jäger staffel das ist ein raumschiff gegen raumschiff krieg entweder tiefweiter oder die abfang jäger oder ich möchte jetzt sehen ich möchte jetzt hier a-wing ohja mehrere imperiale jäger ich komme da noch gar nicht hin toll wie soll ich den feindlichen jäger abbadern wenn ich überhaupt nicht hinkomme na toll naja ok das ist natürlich auch eine coole sache ja gut man kann hier gibt es natürlich auch die möglichkeit den millennium falken oder sclave 1 zu fliegen oder da war gerade der falke ohja moment der war egal ist nicht nicht gerade nicht wichtig da ist er hier ist der falke kann man sich selbst finden aber so wenn er in der luft ist brauche ich überhaupt nicht nach einem item zu suchen wir werden auch nachher mal äh wow mal was anderes spielen äh auch einen anderen spielmodi fress hat einer gebrannt oh 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 sclave 1 ich bin mal die jetzt mal einfach mal durch und durch es bringt mir so viele punkte ein das glaubt ihr nicht wow bombardierung 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 sclave 1 ist so tot ja bingo 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 Ich bevorzuge hier zumindest den A-Wing. Ich kann mit ihm einfach besser steuern. Oh, Slave 1 hat aber richtig viele Kacke heute. Wahrscheinlich muss Slave 1 nur siegen. So ein Mist. Nachnamen. Yes! 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 Yes, Baby! Alter, ich sag's nur. Nein! Nein, was soll's? Was, fünf Minuten soll das noch gehen? Hm, wenn die meinen, vielleicht muss ich auch zwischendurch abbrechen, aber... Nein, danke. Ja. Ja.